hallo und herzlich willkommen bei ubi testet schön dass ihr wieder rein geklickt habt zu einem neuen video hier bei mir auf dem kanal heute mit einem altbekannten dem dacia duster und vielleicht hat der ein oder andere schon erkannt das hier ist die modellpflege des dacia duster 2 auch phase 2 genannt und den möchte ich mir mit und für euch heute genauer anschauen welche modifikationen hat dacia seinem bestseller angediehen und was ist vielleicht nicht so gut gelaufen wenn ihr spaß daran habt wenn euch das ganze jetzt interessiert dann bleibt dran gebt diesem kanal ein abo und ein like und schreibt mir eure meinung unten in die kommentarbox damit wir im anschluss an dieses video auch diskutieren können viel spaß jetzt mit mir dem matthias und dem dacia duster 2 phase 2 wer die modellpflege des dacia duster erkennen möchte der braucht ein geschultes auge auf alle fälle denn die rumänien haben ihren bestseller sehr behutsam abgedatet und am ehesten erkennt man dies an den frontschein werfern die jetzt mit led licht technik versehen sind für abländlicht tag verlegt und den blinker der kühlergrill wurde auch neu modelliert aber auch sehr dezent und in sowohl im led tag verlegt als auch im kühlergrill erkennt man nun das neue design element von allen neuen dacia modellen ein waagerecht liegendes y dieses greifen dann auch die komplett neuen rücklichter auf hier ist auch das y wieder in led technik ausgeführt alle anderen bereiche des rücklichtes sind aber weiterhin mit glühlampen ausgerüstet das heißt also rückfahrscheinwerfer bremslicht was aber nicht halogen licht ausgeführt ist dass die kennzeichenbeleuchtung die ist jetzt ab werk auch mit led licht versehen äußerlich bleibt er dass da mit vier metern 34 sehr kompakt hat eine breite von zwei meter fünf und eine höhe von 1 meter 69 als vorderrad antriebs variante da da auch den höchsten oder das größte die größte bodenfreiheit mit 21,7 zentimetern die optionale allrad variante bietet ein anführungszeichen lediglich 21,4 zentimeter bodenfreiheit beim kofferraum da ist alles beim bewerten geblieben der ist nahezu quadratisch mit einer innenbreite von 97,7 zentimetern und einer tiefe von 98,9 zentimeter bzw laderaum volumen laderaum volumina haben wir dann bei der vorderrad antriebs variante im standardbereich 445 liter bis maximal 1478 liter die allrad variante ist etwas verkleinert in ihrem kofferraum volumen bietet 411 bis 1444 liter standard volumen für die vorpassagiere gibt es auch kaum veränderungen und zwar gibt es hier ordentliche platzverhältnisse ich sitze mit 1 178 ordentlich die kopfstützen sind weit ausziehbar die kniefreiheit ist okay auch die kopffreiheit ist sehr sehr gut was aber sehr schön ist es gibt jetzt zwei usb anschlüsse für die von passagiere optional erhältlich und dafür gibt es auf alle fälle den daumen nach oben von mir kindersitze können an den außenpositionen mit isofix gesichert werden leider ist kein isofix punkt für den beifahrersitz erhältlich vorne angekommen sitzt es sich sehr bequem erhöhte sitzposition gute rundumsicht bequeme sitze aber wenig seitenhalt neue polsterstoffe gibt es und vor allem neue kopfstützen die schmaler und dünner ausgeführt sind sie sollen dafür sorgen dass die rundumsicht verbessert wird das lenkrad ist weiterhin in höhe und tiefe einstellbar neuer multifunktionslenkrad zwei tasten und zwar für die aktivierung des geschwindigkeitsbegrenzers oder aber das tempomaten der ist aus der mittelkonsole in das lenkrad gewandert was ich sehr begrüße eine weitere modifizierung der praktischen art ist die neue mittelarmlehne hier gibt es jetzt ein großes staufach unter der armlehne mit ungefähr 1,1 liter stauvolumen da passt eine gute pete flasche 1 liter pete flasche rein mein persönliches highlight hier im innenraum ist aber das neue infotainment system das optional erhältlich ist beziehungsweise ab der ausstattungslinie komfort ist das media display serienmäßig an bord beim prestige gibt es dann auch das media nav system mit navigationsfunktion 8 zoll bildschirmgröße gute auflösung modernere technik apple carplay und android auto sind stets an bord beim media display dann über kabel umgesetzt beim media nav mit navigationsfunktion geht das ganze dank wifi konnektivität auch kabellos das display ist weiterhin leicht zum fahrer orientiert ist gut ablesbar zwar etwas tief montiert dennoch von der bedienbarkeit sehr sehr gut und auch natürlich bekannt aus dem dacia sandero 3 falls ihr da das video mal sehen wollt schaut mal rein da findet ihr auch sehr interessante infos was der dacia sandero jetzt bietet der ja auch wirklich dann schon auf der neuen plattform steht während der duster immer noch die alte plattform von ano 2010 verwendet das antriebsprogramm hat dacia auch noch mal ein wenig anfassen müssen natürlich aufgrund aktueller gesetzgebungen hinsichtlich abgasverhalten den einstieg bildet der tc 90 motor ein 1 liter dreizylinder turbo benziner der 91 ps und 160 newtonmeter drehmoment entwickelt darüber rangiert dann selbiger motor aber auf autogas ausgelegt zum bivalenten betrieb das heißt dass er kann mit autogas oder mit benzin betrieben werden das ist dann der tc 100 ecog mit dem bin ich jetzt erst einmal unterwegs der hat 101 ps leistung und 170 newtonmeter maximales drehmoment wenn er denn mit autogas betrieben wird in 13,6 sekunden geht es aus dem stand auf tempo 100 und die eingetragene höchstgeschwindigkeit dieses triebwerks liegt bei 168 stundenkilometer wer es etwas schneller möchte für den bietet dacia noch zwei weitere benzin und zwar 1,3 liter hubraum jeweils mit 131 ps oder 150 ps der tc 130 beziehungsweise tc 150 diese beiden varianten lassen sich auch mit allrad antrieb kombinieren wobei es den 150 ps motor jetzt erstmals aber nur mit frontantrieb als automatik variante eben standardmäßig gibt mit einem sechs stufen doppelkupplungsgetriebe dem sogenannten edc das system arbeitet sehr sehr harmonisch passt wirklich gut zum 150 ps motor auch hier diesen konnte ich auch vor kurz noch fahren und der macht schon richtig laune der antrieb ist sehr sehr souverän wie ich finde für den duster schade es gibt ihn halt nur mit vorderrad antrieb mit allrad gibt es dann den 150 ps auch nur mit sechs gang handschalt getriebe wie alle anderen varianten auch ihr wollt es noch etwas sparsamer dann gibt es auch noch einen diesel dci 115 mit 116 ps und 260 newtonmeter drehmoment der ist auch weiterhin mit allrad und mit vorderrad antrieb erhältlich aber eben auch nur mit handschaltung ich bin unterwegs mit dem eko g motor also dem autogasmotor und beschleunige mal so ein bisschen durch zieht wunder dreht schön aus bis 5000 umdrehungen dann wird es zäh dann schalten wir den nächsten gang haben sofort guten anschluss der turbolader spricht frühzeitig und sauber an also schiebt den das da gut voran also die fahrleistungen die angegeben sind wirken da etwas schwach brüstig aber im alltag ganz ehrlich macht er eine gute figur aber soll man denn wirklich autogas nehmen das ist natürlich eine große frage ja sollte man beim das da ist das eine klare empfehlung denn da wurde jetzt auch der autogastank um 45 prozent vergrößert wir haben jetzt 48,8 liter volumen dabei und das können wir auch nutzen zusätzlich haben wir 50 liter benzin dabei damit ergeben sich dann schon sehr sehr großzügige reichweiten im alltag wie gut das ganze funktioniert könnt ihr im dacia sandero video sehen den bin ich auf unserer verbrauchsrunde gefahren und zwar mit autogas und mit benzin und da könnt ihr auch gleich sehen was der kostenvorteil ist wenn ihr den wagen mit autogas betreibt beim fahrverhalten ist alles beim alten bewerten geblieben der dacia duster ist ein komfortvertreter man mag es sehr ruhig und bietet auch ein hohes maß an federungs komfort im alltag sehr sehr angenehm denn das fahrwerk schluckt wirklich selbst der schlechteste bodenunimheiten sauber weg und behelligt auch nicht die insassen schlägt auch nicht böse durch oder ähnliches das fühlt sich sehr souverän auch an aber ein dynamiker wird der duster auch mit einem starken antrieb schlicht und ergreifend nicht dafür sorgt dann das fahrwerk das dann bei dynamischer fahrweise doch stark eher eintaucht die vorderachse schiebt frühzeitig zum kurvenaußenrand und die lenkung ja mitteilungs freudig ist sie nicht der dacia duster ist modell gepflegt und zwar sehr dezent modell gepflegt aber in meinen augen hat man da wirklich gute details reingebracht vor allem das thema licht finde ich sehr sehr wichtig und auch gut aber es gibt auch schattenseiten denn weiterhin hat man diese unpraktischen klappgriffe belassen ja das hätte neue stanzwerkzeug neue türen mit sich gebracht aber hätte man meiner nach auch machen können bei einem facelift genauso bringt auch die alte plattform die wir hier noch mittragen die plattform aus dem renault konzern noch probleme mit sich denn ein notbremsassistent ist ebenso nicht erhältlich wie ein automatisches notfall system ein e-call system somit das fehlt dem fahrzeug auch das macht aber auch dann den sandero wieder sehr interessant denn der bringt das ganze mit und es wird demnächst einen siebensitzer auf der neuen plattform geben den dacia jogger der hat natürlich dann all die ganzen sachen die der sandero hat mit an bord soll viel platz bieten und am ende kommt ja dann auch noch der big star zu einem späteren zeitpunkt der dann über dem duster liegt also da ist noch viel bewegung bei der marke dacia drinnen auch was die preise angeht man hat sie dezent nach oben gezogen aber in meinen augen aufgrund des verbesserten lichtsystems zum beispiel ein ist der geringe mehrpreis das ganze wert bei der einstiegsvariante hat man den basispreis aus marketingtechnischen gründen begleich belassen bei 11.990 euro aber eben mit verbesserter serienausstattung und ich würde den eco g tatsächlich empfehlen denn der fährt sich äußerst spritzig und ist super günstig im unterhalt günstig im einstieg und den gibt es sogar dann in der neuen prestige plus ausstattung das heißt voll ausgestattet da braucht man dann quasi nur noch seine farbe lackieren seine farbe wählen und man bekommt ihn auch sehr schnell geliefert weil die fahrzeuge eben entsprechend vorkonfiguriert sind und vor produziert werden können und das ganze geht dann auch mit dem dc 115 frontantrieb für die die natürlich bequemer unterwegs sein wollen gibt es ja wie gesagt den tc 150 mit doppelkupplungsgetriebe jetzt bisschen schade ist dass es den nicht auch als diesel gibt zum beispiel aber jetzt seid ihr dran schreibt mir unten in die kommentare was ihr zum dacia dass da zwei phase 2 sagt würde euch der umstieg vom normalen dass da zwei auf die phase 2 rentieren schreibt mir unten in die kommentare lasst uns diskutieren vergesst den kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns auch demnächst wieder hier bei ubi testet vielen dank fürs reinklicken ich sag tschüss und servus aus paris euer ubi